Alphabet Loss vs. 1000 kmh Zug Like, wenn du glaubst, der Alphabet Loss gewinnt Abonniere den Kanal, wenn du glaubst, der Zug gewinnt Der Zug kommt angefahren Bam, durch A durch Bam, durch B durch C Bam, weghauen Und das D Oh, wie der Zug hier durchbrettet Aber wird das F es schafft? Oh mein Gott, ja, schafft das F es hinaufzuhalten Der Zug fährt hier immer weiter Und der Zug entgleist komplett Die Alphabet Loss haben es geschafft Schaut euch an, der Zug kommt hier langsam Aber sicher zu bestehen Und so sehen wir jetzt aus Sehr stark Abonniert für mehr